Servus, heute im Test Logitech Blue Zona. Logitech, muss ich glaube nichts zu sagen, sollte jeder kennen. Sieht es allerdings vielleicht mit Blue im deutschsprachigen Bereich noch ein bisschen anders aus, auch wenn der Begriff Blue Yeti den meisten was sagen sollte. Heißt es allerdings alles nichts anderes. Es ist eine Marke, die sich mit Mikrofon auskennt, die schon länger für die bekannt ist, die allerdings wahrscheinlich weniger Leuten bekannt auch schon vor einer Weile von Logitech aufgekauft wurden. Und das ist jetzt meiner Meinung nach das erste Produkt, das komplett unter dem Namen Logitech, Logitech for Creators hier im Speziellen eben, ja, vermarktet wird. Aber irgendwie haben wir es ja natürlich noch mit Blue zu tun und deswegen können wir davon ausgehen, dass die wissen, was wir machen. Und ich habe eben im Vorfeld schon von vielen gehört, ja, Logitech hat ja keine Ahnung von Mikrofonen, es kann ja nichts werden. Es ist ja nicht direkt Logitech, von daher passt es schon. Ihr bekommt hier für 350 Euro ein dynamisches Mikrofon, allerdings wird der Preis nochmal um knappe 100 Euro abgemildert, da ihr hier eben ein Clearamp verbaut habt. Ich denke mal, Schuh SM7B-Besitzer, besser als Cloudfilter oder Fathead eben bekannt, ist es einfach nur ein Vorverstärker, der hier in dem Falle 25 dB cleane Vorverstärkung bringt, weil Dynamische eben, ja, notorisch dafür sind, dass sie ein bisschen mehr Power brauchen. Müsst ihr euch hier keine Sorgen machen, ob euer Interface gut genug ist. Zum Lieferumfang gibt es nicht allzu viel zu sagen. Da gibt es einmal das Mikrofon schon alles fertig montiert mit der Halterung und neben dem schwarzen Popshot gibt es halt noch einen schwarzen und da noch einen Viertelzoll Adapter, um das Ganze an den Boomarm anzuschließen. Was mir an dem Arm sehr gut gefällt, er ist jederzeit, egal wie fest ihr das hier anzieht, leicht, allerdings schön fest und spielfrei drehbar. Das Ganze natürlich auch beim Aufstellen flexibler. Habt ihr hier noch den XLR-Anschluss und was die meisten jetzt wahrscheinlich nicht mal wüssten, wenn sie sich die Bedienungsanleitung oder die Werbeseite nicht ansehen, ist, dass dahinter nochmal ein bisschen was zum Einstellen ist. Einmal gibt es einen Basscut bei 80 Hertz und dann noch einen Presence-Schalter. Mehr dazu später noch bei der Klangdemo ist das Ganze absolut top verarbeitet. Wie schon auch die Rückseite hier magnetisch ist auch eben der Pop-Schutz hier magnetisch, was ich wirklich praktisch finde. Ob das jetzt optisch genau euer Ding ist, weiß ich nicht, aber ich kann halt eines nicht irgendwie leugnen. Es ist ein sehr modernes Mikrofon, also es sieht stylisch aus und gerade vielleicht bei vielen Streamern könnte das ja so gut ankommen, denn ich denke mal, ein Schuh SM7B haben schon so viele Leute gesehen, das kriegen die schon gar nicht mit, aber wenn ihr das Mikrofon seht, denkt ihr erstmal, was ist das? Wollt vielleicht wissen, was es ist und dann fragt direkt danach, also es ist mit Rot, aber auch eben mit Schwarz, gerade auch durch seine etwas einzigartigere Form, definitiv auffällig. Ob das Ganze allerdings auch klanglich ist, werden wir jetzt gleich sehen. Seht ihr? Und das ist genau der Grund, wieso ich Elektronik nie komplett nachvollziehen können werde, denn ich habe das Logitech Plus Sonat schon seit knapp zwei Wochen im Einsatz, in verschiedenen Szenarien, an drei verschiedenen Interfaces, mit drei verschiedenen Kabeln. Aber jedes Mal, sobald ich nur, und dabei spielt es nicht mal eine Rolle, wie nah ich an den Lichtern bin, meine Studiolichter einschalte, entsteht dort eben ein nerviges, ich sag mal so mittel- bis hochfrequentes Zoom, sobald ich nur grob in deren Richtung ziele. Und in meinem Livestream vor ein paar Tagen konnte ich das Ganze noch demonstrieren, aber heute, für den Test hier, ist davon nichts mehr zu hören. Wobei ich nicht sehe, was irgendwie jetzt anders wäre, außer vielleicht der Tatsache, dass das Flirren noch ein kleines bisschen besteht. Das ist allerdings meiner Meinung nach völlig vernachlässigenswert. Würde ich jetzt allerdings erstmal noch ein bisschen zurückpeddeln und sagen, wir fangen mit den Einzeltests an. Erkläre ich euch natürlich noch ein paar Sachen wie eigentlich etwas, was ich nicht erwähnen müsste, dass ihr das Ganze mit Kopfhörern am besten abhört, damit ihr auch die kleinen fallenden Teils besser mitbekommt. Dann, dass das Ganze an einem Luit Connect 6 angeschlossen ist, mit nur plus 20 dB von möglichen 72. Das heißt, dank dem Clear-End braucht ihr wirklich nicht viel Power. Mit meinem Focusrite 6i6 wäre ich dann so bei irgendwo, so bei knapp halb drei, auch noch weniger, als ich mit meinem Kondensator sogar brauche. Also da haben sie schon mal einen wirklich nicen Job gemacht. Kommen wir allerdings jetzt trotzdem nochmal kurz zu dem Standard-Test, mit dem ich sonst immer beginne. Und das wäre das Grundrauschen, deswegen bin ich mal still. Ja, das Summen ist nicht mehr da, das Verloren noch ein kleines bisschen. Was auch nicht wirklich da ist, sind Plosionsgeräusche. Also da muss ich sagen, haben sie keinen perfekten Job gemacht, weil das mit so einem kleinen Dezenten nicht wirklich geht, aber einem wirklich guten. Denn Peter Panik, Pump Power, Peter Panik, Pump Power. Muss ich sagen, ab und zu ein bisschen was hören, aber wenn ihr nicht total falsch reinredet, sollte das kein Problem sein. Auch nicht bei dem Proximity-Effekt. Ich gehe jetzt ein bisschen näher, hoffe mal, ich komme nicht schon ins Klippen, aber ihr solltet dann schon mal definitiv eben beurteilen können, ob das diesen, ich sage jetzt mal, Radio-Flair hat, eben von dynamischen Microphones, wenn ihr ein bisschen näher dran seid, den denn so viele gerne haben. Ansonsten aus noch die Tanzo, 10, 15 Zentimeter, die ich eigentlich eher bevorzuge, wie es da eben klingt. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg, bevor es mir den Kopfhörer weghaut. Also das sind jetzt so 60, 70 Zentimeter. Habt ihr da einen Eindruck? Kann ich allerdings jetzt schon mal sagen, bin ich positiv überrascht von. Denn es wird natürlich leiser, aber der Klang bricht nicht weg. Er bleibt tonal noch absolut bestehen, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Wie das Ganze jetzt mit der Abschirmung von dem Keyboard aussieht, was ja gerade für Streaming, für eben hier auch Creators, wie es ja auch gedacht ist, aussieht, zeige ich euch das jetzt mal mit einem Clicky. Und dann eben könnt ihr beurteilen, wie ihr das hört. Wenn ich allerdings schon jetzt hier drauf rumhämmer, gehen wir noch kurz mal auf die Halterung ein, denn die filtert oder eben entkoppelt ja das Ganze auch ein bisschen vom Tisch und wie gut es funktioniert. Zeige ich euch mal. Und selbst da macht es einen überraschend guten Job. Also deutlich besser als viele andere. Möchte ich allerdings jetzt noch mal kurz den Base Cut einschalten. 80 Hertz Base Cut. Und jetzt wird das Ganze noch mal ein kleines bisschen besser. Stimme wird natürlich ein kleines bisschen dünner, aber das ist ja der Sinn und Zweck davon, von so einem Base Cut. Also auch da muss ich sagen, wirklich nice gemacht, denn ich hatte schon Mikrofone mit einem ähnlich eben nicht gefederten Prinzip oder aber auch mit einer Spinne, die deutlich empfindlicher drauf reagiert haben. Wie sieht es allerdings mit dem empfindlichen Reagieren aus, wenn wir von der Seite mal kommen? Würde ich mal sagen, hier 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad. Dann 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad in die andere Richtung. Und dann nochmal 180, 180, 180, 180, 180. Da wir es hier mit einem Supercardio zu tun haben, hört ihr, wenn ich mich nicht irre, deswegen auch hinten ein bisschen mehr, aber zu den Seiten grenzt es wirklich ordentlich ab. Vorne natürlich halbwegs gut reinreden, kriegt ihr natürlich den komplettesten Sound. Aber falls ihr ein bisschen was verhindern wollt, dann macht es das ganz gut. Sollte ich sonst noch irgendwas erwähnen, Tonal könnt ihr das ja hören, würde ich mal kurz eben nochmal auf den Presence Boost eingehen. Und zwar jetzt eben, ihr hört es direkt schon, wird das Ganze deutlich klarer, ein bisschen frischer, ein bisschen offener. Aber ich muss sagen, in dem Falle fast schon ein kleines bisschen zu viel des Guten. Also ich hätte mir vielleicht, wenn es schon die Stufe gibt, hier noch einen dazwischen gewinnt, weil mir das Ganze ein bisschen zu aufgesetzt, fast schon ein bisschen künstlich vorkommt. Wobei ich dann allerdings sagen muss, mit Kopfhörer nehme ich das deutlich eher wahr, habe ich das Ganze allerdings von meinem Livestream, den ich gemacht habe, wo ich ja auch zwischen den ganzen Settings hin und her gewechselt habe, mir auf meine Anlage hat, muss ich sagen, mit meiner Stimme fand ich es ganz angenehm. Habt ihr eine bisschen hochfrequentere Stimme, die eher schon ein bisschen grell werden könnte, dann ist das definitiv ein bisschen zu viel. Persönlich mit meiner, die jetzt nicht unbedingt tief und bassig ist, aber halt auch nicht unbedingt grell, fand ich das ganz gut, weil eben ein bisschen Präsenz da ist, wie gesagt, fast ein bisschen zu viel. Aber für die meisten, die eben gerade was Sanftes auf lange Dauer haben wollen, wie jetzt eben im normalen Setting, die auch eben, ich sage jetzt mal, ein Shoe SM7B Feeling haben wollen vom Klang, die werden hier gut bedient. Denn das ist das allererste, was mich vom Klang eben an dieses Mikrofon erinnert hat. Und ihr habt hier einen schönen Spagat von eben, ich sage mal, sanft, ein bisschen smooth und auch dunkler mit dem Standard, aber auch deutlich, wie gesagt, fast ein bisschen zu viel des Guten mit dem anderen Setting. Ihr könntet aber auch natürlich das Normale nehmen oder das andere und dann mit dem EQ ein bisschen anpassen, ist kein Problem. Der Basscard hier ab Werk macht wirklich einen nicen Job. Und deswegen würde ich sagen, wäre es das mit den Einzeltests gewesen, kommen wir zum Fazit. Tja, einen Tag später wieder hier im Studio und schätzt mal, was wieder da ist. Ja, auf manche Sachen ist eben doch verlastet. Denn gestern habe ich es versucht verzweifelt nachzustellen, ist es heute kein Thema. Deswegen kommt es auch noch auf die Nachteilsliste, zu der werden es in Verbindung mit den Vorteilen kommen, bevor wir dann das Ganze mit dem nicht zu unterschätzenden, aber abschließen werden. Aber kommen wir zu den Vorteilen. Und zwar gibt es da einmal die Halterung, die wirklich gut entkoppelt, dann den Popschutz, der einen soliden Job macht, auch eine meiner Meinung nach eigenständige, moderne Optik, das auch eben was hergibt eben in dem Stream, dann eine gute Abschirmung zu den Seiten, der Clear-Amp, weshalb ihr eben dann nicht extra noch in den Cloud-Lifter, nicht Filter, wie ich ein paar Mal gesagt habe, oder eben in ein allzu teures Interface investieren müsst. Dann sehr gute Klang-Algenschaften durchweg durch, die man eben auch noch ein bisschen einstellen kann. Dann eben für die, die es wollen, eben mit einem SM7B-Charakter oder mit einem deutlich luftigeren, der allerdings auch für manche schon auf der negativen Seite liegen könnte, denn der Presence-Boost ist für manche vielleicht ein bisschen zu viel. Persönlich, mit den Geräten, die ich abhöre, mit meiner Stimme, gefällt er mir durchaus ganz gut. Ist natürlich auch Geschmackssache. Aber was auf jeden Fall erwähnt werden sollte, ist die meiner Meinung nach nicht optimale Abschirmung. Denn außer mit dem Blue Sona und dem Shoe MV7X hatte ich dieses Problem noch mit keinem anderen Mikrofon. Wobei ich es, wie gesagt, ja gestern auch nicht hatte. Also wo genau das dran liegt, weiß ich nicht. Andere Tester habe ich das auch nie erwähnt sehen. Solltet ihr einfach dessen euch mal bewusst sein. Und jetzt kommen wir zum echten eben großen Aber. Und das ist einfach der Preis. Denn auch wenn es mir an sich wirklich gut gefällt und wenn ich den Preis eigentlich angemessen finde, kriegt der einfach von anderen Marken, gerade wenn ihr zum Beispiel ein Handheld akzeptiert, schon deutlich günstiger klanglich, was ebenso gut ist. Zum Beispiel ein Shure SM58 für 100 Euro. Dann ein SE Electronics V7, auch um die 100 Euro oder ein bisschen teurer. Was mir persönlich nochmal besser gefällt, ist ein Shure Beta 58A. Dann allerdings für 250 Euro, wenn ihr eben auch optisch sowas ähnliches haben wollt, mit auch vielen Einstellungsmöglichkeiten, auch einem guten Popschutz, auch einem verbauten Vorverstärker und ähnlichem, kriegt ihr für 250 Euro von SE Electronics das Dynacaster. Und das wäre meiner Meinung nach sogar, wenn ich was bräuchte, in der Richtung wahrscheinlich sogar meine erste Wahl. Was allerdings für die meisten die erste Wahl ist, gerade wenn wir hier von 350 Euro reden, ist wahrscheinlich immer noch das Shure SM7B. Denn das ist einfach die Hausnummer. Jeder kennt es von der Optik, jeder weiß, was er zu erwarten hat, gerade in Sachen Klang, aber auch gute Abschirmung, dass es unkaputtbar ist, das ganze sonst, der restliche Popschutz und so weiter und so fort. Natürlich greifen viele einfach dazu, weil sie es andere Nutzen sehen, wobei es bei denen gar nicht so gut passt. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute ich schon erlebt habe, die es haben und einfach furchtbar damit klingen, weil es nicht für jeden das Optimale ist. Und das ist kein Mikrofon. Ihr müsst schon persönlich selber wissen, was ihr da haben wollt, ob es vielleicht ein Handheld ist, wahrscheinlich, was die wenigsten bevorzugen, weil ich sehe die sonst in einem Stream eigentlich nahezu nie oder ob ihr dann eher sowas haben wollt. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen, es handelt sich hier trotzdem noch um ein Logitech-Produkt und die sind recht schnell im Preis am Fallen, aber auch auf den Angeboten zu finden. Und deswegen kann ich mir ruhig vorstellen, dass das Ding mal locker auf 300, wenn nicht sogar 250 Euro fällt. Und dann, wenn es eben 1 zu 1 preislich mit einem Deiner-Caster liegt, kommt es eben auf den persönlichen Geschmack an. Wollt ihr die modernere Optik, das sich besser in ein, ich sag mal, typisches Gaming-Stream irgendwie Szenario einfügen lässt oder so weiter, auch gerade mit dem Roten ein bisschen auffälliger sein, oder auch sonstiges? Wollt ihr die frischere Abstimmung von der Präsenz und so weiter? Oder seid ihr einfach einer, der im Logitech-Ökosystem ist, wobei das ja eigentlich nicht wirklich hilft in dem Sinne, aber dann könnt ihr es in Erwägung ziehen. Aber bei dem Preis von 350 Euro werden wahrscheinlich die meisten einfach zu einem SM7B greifen oder wenn sie einfach Geld sparen wollen, zu etwas wie einem Deiner-Caster oder eben Handhelds, die klanglich eben trotzdem noch auf dem Level sind. Und deswegen überlegt es euch. Wie gesagt, es ist ein sehr schönes, aber eben auch nicht ganz billiges. Zumindest noch nicht. Okay, das soll es damit gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier ist es wieder da. Strom, Elektronik. Alles Mist.